Ich bin auch glücklich, weil man sieht dann wirklich, die Arbeit hat sich gelohnt. Ich freue mich. Ich freue mich so sehr, dass die Idee jetzt endlich umgesetzt ist. War eine gute Idee. Ich finde das eine wunderbare Aktion. Die Freude ist ganz offensichtlich groß in Königswalde. Denn der Weg war das Ziel und das in diesem Fall im Wortsinne. Denn pünktlich zur Himmelfahrt ist der für das Kirchenjubiläum im Ort geplante Pilgerweg fertig. Unser Anliegen ist ja als Kirchgemeinde, dass wir das Jubiläum 500 Jahre Kirche in Königswalde auch ein bisschen in den Ort hinaustragen. Und das ist eigentlich der Grundgedanke des Pilgerweges, dass man da entlang gehen kann und ein Stück innehalten kann. Denn zum Innehalten war in den vergangenen Monaten jetzt nicht so viel Zeit. Zwar ist der Pilgerweg nur wenige Kilometer lang, aber er hat es in sich. Getreu dem Motto, alle Wege führen nach Rom, aber nur einer um Königswalde herum. Der startet hier, wo wir gerade stehen, an der Kirche in Königswalde. Und geht dann erstmal durch den Parkanlagen im Ort, die sehr zentral sind. Und dort findet man das erste Schild und läuft dann den Weg entlang nach unten. Und hier unten geht es dann bergrunter. Und überall, wo hier die roten Punkte gekennzeichnet sind, dort findet man diese Spuren. Die Spuren, 30 Schilder mit Denk- und Sinssprüchen, sind die I-Pünktchen auf dem Pilgerweg, die die sechs Kilometer quasi in ein begehbares Poesiealbum verwandeln. Sei das Spiegelbild dessen, was du empfangen möchtest. Wenn du Liebe willst, sei liebevoll. Wenn du Ehrlichkeit möchtest, sei ehrlich. Wenn du Respekt willst, sei respektvoll. Was du gibst, wird dir immer zurückgeben. Sorgen drücken Menschen nieder, aber freundliche Würde richten sie wieder auf. Niemals auf gut zu anderen Menschen zu sein. Nur weil andere schlecht zu dir waren. Pilgern für die Füße und für den Kopf also. Und für das, was jeder Einzelne darunter versteht. Pilgerweg ist für mich eigentlich ein bisschen den Alltag zu vergessen, ein bisschen langsamer zu werden, Kraft zu schöpfen und mal vielleicht in sich zu schauen. Aber das kann eben auch ganz anders sein. Wir sind gerannt. Wir sind einen neuen Weg gelaufen und haben Luftballons aufgehängt. Auch wenn der Kindergarten den Weg schon mal Probe gepilgert hat, den Segen bekommt er erst zum Himmelfahrtstag. Und dann dürfen sich alle hier auch noch einmal ganz offiziell freuen.